Herzlich Willkommen zurück! Und zwar mussten wir zurück nach Markath und hier oben in die Festung Unterstein. Da gehen wir jetzt mal rein. Hier drüben, Partnerin. Da oben? Nee. Ach, Lyris, Mann, versteck dich doch nicht! Ihr seid mit Art-Kadach in einen Kampf aneinander geraten? Es war kein Kampf, bis er seine Steinhände auf mich gehetzt hat. Danach war es aber eigentlich auch kein Richtiger, wenn ich so darüber nachdenke. Wir kamen bis zum zerrissenen Land, als er plötzlich etwas über Manimarco rief und seine Leibwache zu sich beorderte. Was hat Manimarco mit alledem zu tun? Das war es, was ich gerade herausfinden wollte, als Kadach stinksauer wurde und etwas über meinen Kopf und einen Spieß auf der Mauer sagte. Passt auf, redet ihr mit ihm. Vielleicht habt ihr mehr Glück als ich. Ich schätze, Art-Kadach und ich haben etwas zu besprechen. Ich stelle mich Art-Kadach vor. Der Art ist in seinem Thronsaal. Wir müssen nur wissen, wo das Land von Tamriel weggerissen wurde. Dem Brief von Radha al-Saran zufolge ist das irgendwo im Reik. Oh, und ich entschuldige mich nicht. Also nicht bei Kadach. Tut mir leid. Worüber habt ihr mit Kadach gestritten? Manimarco, Kaiser Waren, Nord, Dreckmannen, seinen flohverseuchten Bart. Ich kann Beleidigungen erdulden, die man mir an den Kopf wirft. Doch ich konnte nicht stillschweigend hinnehmen, wie er schlecht von Waren sprach. Aber den Verräter Manimarco über den grünen Klee lobte. Ja, das war in der Tat nicht besonders clever von ihm. Aber ich glaube, Blüris hat heute auch ein bisschen schlechte Laune. Da sitzt er, der Stuhlkopf. Ich suche nach Land, das Tamriel entrissen wurde. Es ist irgendwo im Reich geschehen. Pah, ihr sprecht mit der Zunge dieser Halbriesen. Was geht es euch an, was ich mit meinem Land anstelle? Ich habe dieses Flurstück vor vielen Jahren Manimarco gegeben. Es stand ihm zu, es Molagbal zu übergeben, wenn er dies denn wollte. Warum kramt ihr solch alte Geschäfte wieder hervor? Ich dachte, ich hätte die Ebenenverschmelzung aufgehalten. Hätte euer Land nicht zurückkehren sollen? Ja, ihr und die Halbriesen, wie die Krähen sagen. Meint nur nicht, ich hätte euch nicht ausspioniert wie Fürstin Belein auch. Ich gab dieses Land Manimarco lange bevor der Gott der Intrigen seinen Zorn gegen euer Kaiserreich entfesselte. Die Mühen seines Kults schleuderten es ins Reich des Vergessens. Wusstet ihr, was sie geplant hatten? Manimarco sah mich nicht als einen Vertrauten. Als er aufbrach, sagte er, ein Scheitern hier würde seinen Erfolg anderswo schmieden. Ich sah ihn nie wieder. Wenn ihr wissen wollt, was er sich dabei dachte, werdet ihr euch selbst ansehen müssen, was er getrieben hat. Ich mache den Weg für euch frei. Wo kann ich das Land finden, das ihr Manimarco gegeben habt? Es gibt einen Aufzug in Nehuanzehl, der euch in das zerrissene Land bringen wird. Ich halte ihn aus Gründen, die offensichtlich sein sollten, verschlossen. Doch euch werde ich Zugang gewähren. Nun geht und nehmt diese reizbare Wölfin mit. Wie konntet ihr einen Handel mit jemandem wie Manimarco eingehen? Vor nicht allzu langer Zeit herrschten Reckmannen über das Kaiserreich. Wir bekamen unser Land und unsere Würde zurück. Dann wurden wir vom Thronräuber zurück in den Schlamm gedrängt. Manimarco hat geschworen, meinem Volk Gerechtigkeit zu bringen, als ich ihm Schutz bot. Ein Handel mit einem finsteren Geist. Das ist sicher. Bereut ihr den Handel, den ihr eingegangen seid? Nein. Der Thronräuber Waren hat sein Land verloren, seinen Thron und so viel mehr. Was Manimarco mir versprach, wurde gegeben. Falls euch das nicht passt, so entschuldige ich mich nicht dafür. Ich kann euch nur sagen, dass damit mein Umgang mit dem Wurmkönig begann und auch sogleich wieder endete. Nun gut. Müssen wir Lyris das jetzt noch sagen, weil unser Ziel ist jetzt eigentlich... Habt ihr die Informationen? Ja, komm mit. Ich weiß, wo alles ist. Kommt die überhaupt mit? Die kommen gar nicht mit. Okay, dann lassen wir sie einfach da stehen. Auch gut. Das schleicht eben jetzt rum. So, mal schauen, was sich hinter dieser Tür befindet. Jo. Ich denke mal, die Tür war der Aufzug oder so. Hat er doch was vom Aufzug gesagt, oder nicht? Nun gut. Wir müssen eigentlich geradeaus durch. Ach, waren wir hier nicht schon mal? Wir müssen gar nicht geradeaus durch. Wir müssen nach links. Hier ist der Aufzug. Diese Rumpstannerei kann ich nicht leiden. Na los, dann geh. So. So. Das ist quasi das ansässige Reich des Vergessens sozusagen. Wieso kann ich hier nicht reiten, hallo? Ja, und nicht? Oh, ist das euer Ernst? Muss ich hier durchlaufen? Oh, ich muss da hin. Nee, ich kann jetzt nicht kuscheln. Ich hab keine Zeit. Macht ihm platt. Schade. Ich wollte, dass Verandis diesen Ort selbst sieht. Sie haben ein Stück von diesem Steinloch. Hey, hier ist noch ein Erinnerungsstück. So wie das das Fan bei Petardams gefunden hat. Radar, sind das meine Notizen? Verandis, vergebt mir. Wie immer fesselt mich euer Genie. Ich wusste nicht, dass ihr solche Fortschritte gemacht habt. Ich habe nach wie vor keine brauchbare Lösung. Ihr seid weiter als ihr denkt. Wie könnt ihr das wissen? Ich habe eure Erkenntnisse mit neuen Verbündeten besprochen. Sie behaupten, es würde klappen. Nur euer Zaudern hält uns zurück. Ich dachte, ihr hättet euch geändert, dass ihr Buße tun wollt. Ich beteilige mich nicht an einem Massenmord. Unser Traum ist zum Greifen nah und ihr sorgt euch immer noch um die sterblichen Verandis. Verandis und Radar Al-Saran waren früher anscheinend recht gute Freunde. Wusstet ihr das? Ja, irgendwie schon, Lüris. Ich weiß nicht, was ein Stück vom Reich des Vergessens oder dieses Erinnerungsstück mit Radar Al-Sarans Schwarzsturm zu tun haben könnten. Aber vielleicht wird Verandis es erklären, wenn wir zurückkommen. Wo wir gerade davon sprechen. Wusstet ihr, dass er einst ein Freund unseres Feindes war? Wir wussten, dass Verandis zur Grauen Schar gehörte. Doch er kappte vor Jahrhunderten sämtliche Verwindungen zu ihr. Warum schickt Radar Al-Saran Verandis dann kryptische Botschaften? Selbst wenn er den Grafen damit nicht wieder an seine Seite holen kann, könnten diese Spielchen das Urteilsvermögen eures Freundes trüben. Ich schlage vor, wir behalten den Grafen im Auge. Nur für den Fall der Fälle. Ja, ich schätze mal, das ist auch seine Absicht. Oder könnte einer seiner Absichten sein, sein Urteilsvermögen zu trüben. Geht zur Planetariumskammer. Da werde ich mich jetzt mal hinaufmachen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, und da sind wir schon, beziehungsweise kurz davor. Ja, wir nehmen den Seiteneingang, so wie es aussieht. Oder ist das der Haupteingang? Nee, es ist der Haupteingang. Verandis? Das ist ewig her. Gerade als Sarans Absichten lagen darin, mich zurück an seine Seite zu bringen. Das reicht mir nicht, Graf. Warum habt ihr uns nicht erzählt, dass das alles eure Schuld ist? Vater, es waren nicht nur eure Forschungen, die in die Graue Schar wiederbeleben lieben. Der gesamte Vorgang selbst ist eure Schöpfung. Ihr versteht es nicht. Bitte sagt mir, dass ihr mehr über den Schwarzsturm herausgefunden habt. Ich vertraue meinem Vater, was auch kommen mag. Doch Lyris vertraut niemandem so leicht. Und Gwendis Vertrauen wurde einfach zu oft erschüttert. Bitte überzeugt Graf Verandis davon, auch auf uns zu vertrauen. Das kriege ich hin. Lasst Verandis nicht das Thema wechseln. Ich kann keinem Plan trauen, den sich der Elf ausdenkt, wenn er nicht die ganze Wahrheit offenbart. Ich bin gerade zu sauer, um mich hier rum zu kümmern. Außerdem habt ihr die Suche abgeschlossen. Sagt ihr Verandis, was wir bei jeder dieser Städten entdeckt haben. Die anderen sehen Verschwörungen, wo es keine gibt. Es gibt nur Sünden aus der Vergangenheit, die ich für lange begraben hielt. Sie sagen, ihr hättet alles gefunden, von dem Rade Al-Saran wollte, dass ich es entdecke. Erzählt mir von diesem zerrissenen Land, den Studien der Nachttiefen und dem Geheimnis des Schlüsselsteins. Ich fand diesen merkwürdigen Stein an jener Städte, wo das Land von Tamriel weggerissen wurde. Denkt daran, die Reise, auf die Rade Al-Saran mich schickte, die, die ihr an meiner Stadt unternommen habt, sollte seinen eigenen Schritten folgen, um zu erkennen, wie er an genau diesem Punkt angekommen ist. Dieser Stein, er ist eine Scherbe des Reichs des Vergessens, die in unserer Welt verloren ging. Wie sollte sie ihm dabei helfen, die graue Schar zu retten? Das ist das Nachttiefentestament. Es ist nicht in einer Sprache geschrieben, die ich lesen kann. Um die Leere durch die Augen der Nachttiefen zu sehen. Ja, es ist in der Sprache der ersten Vampire geschrieben. Ich kann das lesen, aber eher schlecht als recht. Neben anderen Dingen ist dies hier im Grunde ein Zauberbuch. Es ist voller Rituale, um das schwarze Herz zu besänftigen und es einzusetzen. Wir haben diesen zerlegten Schlüsselstein in den Ruinen von Pzarr Zell gefunden. Lag der Sinn hier darin, mir die inneren Vorgänge der mysteriösen Schlüsselsteine der Dwemer zu zeigen? Wir wissen, dass Rade Al-Saran einen verwendet hat, um die Macht des schwarzen Herzens nicht nur mit dem Planetarium, sondern auch mit der grauen Schar zu verknüpfen. Ich spüre das Ziehen des Herzens, wenn ich auch nur daran denke. Wie hilft uns irgendetwas davon, den Schwarzsturm aufzuhalten? Was ihr entdeckt habt, verrät uns nicht viel über den Schwarzsturm. Zumindest noch nicht. Doch in meinem Geist beginnt sich ein Bild zu formen. Rade Al-Sarans Brief bietet noch einen Hinweis. Er behauptet, ein Laboratorium in genau diesem Gebäude zu haben. Wir müssen es nur finden. Rade Al-Saran hat ein Laboratorium? Ich dachte, er überließ derlei Dinge anderen. Es ist wahr, dass Rade Al-Saran sich oft auf mich und später auf Zingales verließ, um seine Forschungen und seine Experimente zu übernehmen. Doch er war auch selbst ein Gelehrter, wenn es um das Arkane und die Alchemie ging. Ich schätze, er musste sein Können während seiner langen Isolation noch steigern. Ist es sicher, das Planetarium ungeschützt zu lassen, während wir nach dem Laboratorium suchen? Wer sollte zurückbleiben, der Rade Al-Saran die Stirn bieten könnte? Ich fürchte, dass wir selbst gemeinsam Probleme hätten, ihn aufzuhalten. Wir werden jeden Vorteil für die letzte Schlacht brauchen, falls es zu einer kommen sollte. Vielleicht, wenn ich lerne, wie man die Dunkelheit anrufen kann. Wie kommt ihr mit eurer Verbindung zum Schwarzen Herzen zurecht? Die Dunkelheit randet gegen meinen Verstand wie Wellen gegen das Ufer. Es kann ablenkend sein. Ich kann meinen gewöhnlichen Tätigkeiten nachgehen. Ich brauche nur gelegentlich eine Pause, um diese Empfindung abklingen zu lassen. Noch kann ich die Dunkelheit nicht beherrschen. Doch ich bin nicht faul gewesen. Was habt ihr erfahren? Unter Einsatz meiner Auromantie habe ich die Magie gegen das Planetarium selbst gewandt. Ich habe viel darüber gelernt, wie das Planetarium arbeitet. Es ist ziemlich faszinierend. Ich habe auch den ungefähren Standort von Rade Al-Sarans Laboratorium ermittelt. Doch es ist eine gründlichere Suche nötig. Nun gut, dann suchen wir mal das Laboratorium. Kommt, Rabenwacht! Titanenkind! Die Geister der Vergangenheit dürfen uns nicht von unserer Mission ablenken! Wohl an denn, Graf! So, das Laboratorium ist irgendwo auf der rechten Seite. Ich glaube, den Eingang haben wir schon mal benutzt, oder? Oder auch nicht? Bin mir gerade nicht sicher. Nee, okay. Den haben wir noch nicht benutzt. Ich bleibe bei unserer Suche an eurer Seite. Rade Al-Saran hat im Geheimen sehr lange daran gearbeitet. Sein Laboratorium wird ohne Zweifel gut verborgen sein. Unsere Suche muss gründlich ausfallen. Okay, das heißt, rein und nach links. Nach links können wir nicht. Hier oben rein vielleicht? Hier oben rein vielleicht? Ah! Was macht denn der da? Alles gut, Verandes! Alles gut! Welche Entscheidung? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Oh, was ist mit dem Viech? Kann sich das nochmal bewegen? So. Leute, hier ist niemand. Was für ein Schildlauf! Alter! Ja, ich schätze mal, dich müssen wir umbringen. Dein Ernst jetzt? Der war schon tot! Sonst noch was? Der Typ ist schon tot, ist schon nicht mehr da und danach holt er noch so einen Knochenkoloss. Das ist doch nicht normal. Sprecht mit den Grafen. Wo ist er? Da. Nein, stell dich nicht davor. Rada al-Saran hat meine Forschung in Richtungen vorangetrieben, an die ich niemals gedacht hätte. Dwemer-Maschinen, Nachttiefenrieten, Hexenkunst aus dem Rake. Allesamt aufgereiht um dieses Podest. Könnt ihr euch einen Reim darauf machen? Ja, ich verstehe langsam, wie die von euch geborgenen Teile zusammenpassen. Er baut eine Brücke durch die Leere. Die Scherbe aus dem Reich des Vergessens dient als Magnet, der auf seinen Zielort verweist. Doch Kalthafen ist genau der Ort, den er meiden wollen würde. Wieso das? Rada al-Saran hat stets versucht, Molag Bals Griff um seine Seele zu sprengen. Kalthafen ist der Ort, an dem Bals Macht absolut ist. Es ergibt keinen Sinn. Es sei denn, Kalthafen ist nicht sein Zielort. Versammelt die anderen. Wir müssen sein Ritual nachstellen. In Ordnung. Was müssen wir tun? Fennorian wird die Regalchemie nachstellen, während Gwendis die Nachttiefenrieten durchführt. Ihr müsst euch um die Dwemer-Maschinen kümmern, die die tonalen, ätherischen und kinetischen Energien kontrollieren. Ich werde versuchen, den Stein zu durchleuchten und euch entsprechend zu lenken. Erzählt mir mehr darüber, was ich tun muss. Diese Dwemer-Geräte ähneln Teilen des Planetariums selbst. Sie manipulieren verschiedene kosmische Kräfte, tonale, ätherische und kinetische, um die Weite der Leere zu kartieren. Ihr müsst diese Kräfte unter Kontrolle behalten, damit mein Hellsehen Erfolg hat. Wie mache ich das? Ich habe jetzt kein Wort verstanden. Was genau versuchen wir denn zu erreichen, wenn wir das tun? Radar Al-Saran hat uns auf die Mittel und auf die Methode hingewiesen, um sein Werk nachzustellen. Es gibt hier etwas, von dem er will, dass ich es sehe. Und ich glaube, der einzige Weg, um wirklich zu begreifen, was er getan hat, besteht darin, dass wir es selbst wiederholen. Ich hoffe nur, es ist das Risiko wert. Welches Risiko? Wir versuchen, Kräfte zu bändigen, die niemals hätten miteinander kombiniert werden dürfen, um in jenes brodelnde Chaos zu blicken, das wir die Leere nennen. Ich schlage nur vor, dass wir es überhaupt versuchen, weil Radar Al-Saran offenbar den Beweis dafür geliefert hat, dass es möglich ist. Außerdem haben wir keine andere Wahl. Ja, das sind doch immer wieder gute Aussichten. Äh, schließt euch Verandes am Podest an. Ne, ich muss hier hin. Er sagt mir aber nichts. Soll ich einfach das Nächste machen? Er gibt mir ja keine Anweisungen. Lalalala. Passiert da jetzt gerade was, oder war das schlecht? Hallo, Verandes, ich brauche Anweisungen. Was ist mit dir? Fenorian wird die Reg-Alchemie nachstellen, während Gwendis die Nachttiefenrieten durchführt. Ja, das haben wir ja schon alles, aber... Oh mein, das leuchtet Gold. Ich denke, das hat sich zurückgesetzt oder so. Ich weiß es nicht genau. Es leuchtet weiter in Gold. Da leuchtet gar nichts. Hm. Ja, schön. Ich hab's ja schon gemacht, aber ich krieg weder Anweisung, noch bringt das irgendwas. Wir wären zwar besser damit bedient, wenn die alte Miole in das übernehmen würde, aber ich denke, ich schaffe das. Sobald ihr anfangt, beginne ich mit meinem Teil. Ja, ich bin fertig. Kann's loslegen. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt eventuell verbuggt ist hier. Man kann auch nichts lesen oder so. Ja gut, das Bücherregal kann ich lesen. Aber das ist nicht das, was ich wollte. Tonale Kaskade. Aber die leuchten ja auch alle. Also ist jetzt nicht so, als ob da irgendwas nicht funktioniert, oder? Das ist ja doch nichts, wenn man das jetzt hintereinander macht. Hm. Lyriss ist sauer. Die redet schon gar nicht mehr mit mir. Tja, haltet euch an Virandes Anweisung. Er gibt mir aber keine Anweisung. Ich befürchte tatsächlich, dass da irgendwas verbuggt ist. Ich versuch's mal, indem ich aus dem Raum rausgehe und wieder reingehe. Jetzt ist nur noch Lyriss da, oder was? Hä? Nee, oder? Okay, also ich denke mal, dass ihr mir zustimmen werdet, wenn ich sage, dass irgendwas hier nicht stimmt und vermutlich verbuggt ist. Ich locke mich einmal komplett aus und locke mich wieder ein. Ja, in der Hoffnung, dass wir hier irgendetwas hinkriegen. Und dass wir die wieder zurückkriegen, vor allen Dingen. Vielleicht habe ich die jetzt auch ins Reich des Vergessens geschickt und habe es nicht gemerkt. Ich habe keine Ahnung. Wir sehen uns gleich wieder. So, erzählt er jetzt nochmal das Gleiche? Radar Al-Saran hat meine Forschung in Richtungen vorangetrieben, an die ich niemals... Ja, ich verstehe langsam, wie die von euch geborgenen Teile zusammenpassen. Er baut eine... Radar Al-Saran hat... Fenorian wird die Regeln... Diese Dwemergeräte... Die von euch aus... Radar Al-Saran... Wir versuchen Kräfte zu... So, also er hat nochmal alles wiederholt. Hier steht, schließt euch Virandes am Podest an. Da stand ich eben drauf. Ah! Was ist denn ätherische Macht? Ätherisches Leuchtfeuer. Das war die andere Seite, oder? Ne, das ist die hier. Ja, 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 ich komme, ich komme, ich komme. Alter, was ist denn jetzt los? Ich brauche mehr kinetische Energie. Kinetische, kinetische. Ätherische, kinetische. Ich brauche mehr ätherische Macht. Hatten wir gerade? Da. Ich helfe Gwendis beim Nachttiefenritus. Hi. Passt die Klan-Frequenz an, schnell! Wir haben es fast, nur ein wenig mehr. Wovon? Ich verliere die Kontrolle, reduziert die kinetische Energie. Wie soll ich die reduzieren? Nein, das war nicht die kinetische. Oh, scheiße. Äh, hier. Entschuldigung. Der Nachttiefenritus gewinnt an Macht helft Gwendis. Die tonalen Harmonien sind im Missklang. Ändert den Ausstoß. Zofenorian, wir brauchen die alchemistische Reaktion. Alter. Rekalibriert die ätherische Macht, das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Äh, naja, das war die kinetische Hilfe. Bringt den kinetischen Mechanismus ins Gleichgewicht. So war ich ja gerade. Wir stehen kurz davor. Helft Gwendis noch einmal mit dem Nachttiefenritus. Katalysiert die Rekalchemie jetzt! Was? Wie? Meinen die ihn? Ah ja. Initiiert eine Klangkaskade und macht weiter! Oh, wie viel noch? Ich werde hier langsam gestresst. Ich kann es sehen. Ich kann alles sehen. Ja, ich nicht. Ich kann alles sehen. Alles gut? Verandes? Zu welchem Zweck? Ergreift ihr denn nicht? In ihrem eigenen Reich, frei von Molag-Bahls Tyrannei, kann die graue Schar ewig leben. Und mit der Verbindung nach Mundus und der Macht des Schwarzen Herzens wird ihr Eroberungszug niemals enden. Und jetzt erkenne ich den Zweck des Schwarzsturms. Was meint ihr? Das schwarze Herz. Gerade als Serran bedient sich seiner Macht. Ich kann spüren, wie sie davongerissen wird. Zum Planetarium. Rasch! Ich mache mich schnellstmöglich auf dem Weg zum Planetarium. Zum Planetarium. Rasch! Bin doch schon auf dem Weg. Passt die, komm mit. Ähm... Wo ist denn jetzt der Ausgang hier? Das war nicht der Ausgang, oder? Achso, doch. Wir sind draußen. Ah, okay. Aber wo sind wir jetzt hier? Moment, wie komme ich denn da jetzt? Doch, da ist der Ausgang. Ich bin voller Panik hier. Ich komme hier nicht mehr raus. So. So. Radar! Nein! Ich will nicht gegen euch kämpfen! Das ist die Chance, die ihr nie für möglich hieltet. Das Tor zu unserer Erlösung steht offen, Verandis. Kommt! Bringt zu Ende, was wir begonnen haben. Alles wird vergeben werden. Radar, tut das nicht. Die leeren Energie verschlingt euch, Verandis. Ich kann euch zeigen, wie man sie beherrscht. Folgt mir! Was ist geschehen? Wo ist der Bastard diesmal hin? Er ist fort, Lyris. An den einzigen Ort, an dem er seinen Plan abschließen kann. Jetzt verstehe ich alles ganz genau. Radar Al-Saran hat das Tor zu diesem Refugium geöffnet. In diesem fernen Reich kann er seinen Schwarzsturm mit der Macht des Schwarzen Herzens beschwören. Er wird das Rake verschlingen, um sein Versprechen einzulösen. Das Rake verschlingen? Das klingt gar nicht gut. Nein, gar nicht gut. Der Schwarzsturm braucht Energie in einem beispiellosen Maßstab. Eine Dunkelheit, die das Rake überziehen und jede sterbliche Seele, die sie berührt, in das Schwarze Herz ziehen wird. Von dort wird die Macht des Herzens durch das Planetarium fließen, um den Sturm zu mehren. Aber was wird der Schwarzsturm machen? Er wird die graue Schar aus den Fängen Molag Bals reißen und sie für die Ewigkeit in seiner Refugiumsebene bewahren. Der Tod wird für sie zu einem so unbedeutenden Ärgernis wie für jeden Debra. Sie werden wahrhaft unsterblich werden. Wie halten wir den Schwarzsturm auf? Um den Schwarzsturm zu beenden, sobald er begonnen hat, muss ich Radar Al-Sarans Refugiumsebene betreten und das Ritual übernehmen. Ich könnte euch nie darum bitten, euch mir anzuschließen. Doch ich werde euch auch nicht davon abbringen, falls euer Kurs feststeht. Doch wisset, dass ich nicht für unser aller Rückkehr garantieren kann. Wie betreten wir Radar Al-Sarans Refugiumebene? Radar Al-Saran hat uns die Tür gezeigt und wir haben den Schlüssel geschmiedet. Ich muss ihm folgen. Ich muss den Schwarzsturm aufhalten. Denn wie ihr dank seiner Auromantie gesehen habt, ist diese Monstrosität meine Schöpfung. Ob ihr euch nun entscheidet, mich zu begleiten oder nicht, wisset, dass ich unsere Freundschaft sehr schätze. Und wir erhalten leichte Arme in göttlich Formen seit leeren Rufer und einen Fertigkeitsbund. Radar Al-Saran hat das Ritual auf seiner Refugiumsebene schon begonnen. Ich kann den Sog der Finsternis spüren. Bald wird der Schwarzsturm die Energie des schwarzen Herzens verschlingen. Je mehr Regmannen sterben, desto mehr wird das Herz genährt. Und damit auch die Macht dieses apokalyptischen Sturms. Wie können wir die Refugiumsebene erreichen? Radar Al-Saran hat das Planetarium für seine Flucht ausgerichtet. Setzt den Schlüsselstein bei dem tweemerischen Mechanismus ein, der es kontrolliert. Damit sollte sich ein Bruch öffnen lassen, durch den wir reisen können. Dann habe ich vielleicht eine Chance, diesen Sturm aufzuhalten, den ich erschaffen habe. Ihr habt gesagt, dass der Schwarzsturm eure Schöpfung ist? Ich hatte nie vor, dass meine Theorien Wirklichkeit werden. Als meine Forschungen über Mittel und Wege, wie man Sterblichen die gleiche Unsterblichkeit wie Vampiren verleihen kann, mich auf immer dunklere Pfade führten, gab ich sie auf. Ich hätte die Ergebnisse vernichten sollen. Radar Al-Saran hat sie für seine eigenen Ziele pervertiert. Ich werde versuchen, einen Durchbruch in die Leere zu öffnen. Sobald ihr bereit seid, aktiviert ihr die Mechanismen auf den Seiten dieser Plattformen in der richtigen Reihenfolge. Dieser Vorgang ist weitaus weniger riskant als das, was wir vorher versucht haben, glaube ich. Meint ihr? Radar Al-Saran hat das Gerät bereits in Richtung unseres Ziels ausgerichtet. Theoretisch müssen wir das Planetarium nur reaktivieren, um das Tor zu öffnen. Es sei trotzdem auf der Hut. Ja, in der Hoffnung, dass ihr mich überhaupt noch verstehen könnt, werden wir jetzt hier erstmal einen kleinen Cut machen, weil die Folge ohnehin schon wahnsinnig lange geworden ist. Und dann sehen wir, wie ich denke, das große Finale in der nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.